So, mein lieben Siedler-Fans, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 38. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier an Waffen kommen, oder? Langsam mal, ne? Jetzt wird's langsam eng hier, nämlich. Und da werden wir jetzt erstmal dafür sorgen. So, was können wir denn eigentlich noch machen? Wir könnten hier noch ein Gebäude hinbauen. Irgendwann mal hier oben. Lassen wir jetzt aber erstmal so sein. Und, äh, ja. Hier unsere Waffen. Wo sind sie denn? Hier. Waffenindustrie. Geht nur nichts. Da fehlt noch unser stolzer Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade rumhüpft. Hallo, wo bist du? Normal. Hab ich den nicht irgendwo gesehen, so? Ich hatte jetzt wieder ein bisschen eine Pause. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier irgendwo rumlatscht, oder nicht, oder wie auch immer. Hallo? Hallo? Der ist nicht da, ne? Wieso fehlt denn der Arsch? Wir haben doch extra einen Hammer produziert, ne? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall hobs. Hallo, ist fertig. Na schön. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ähm. Wir haben doch Hammer gemacht, oder? Oder nicht? Oder haben wir noch keinen gemacht? Nee, wir haben doch gar keinen Hammer gemacht. Stimmt. Ah. So ist das. Jetzt. So sieht's aus. Okay, dann müssen wir warten, bis der scheiß Hammer da ist. Dann warten wir halt mal. So ein bisschen hier rumschmelzen und einlagern und wie auch immer. Ja, Material haben wir ja genug, ne? So. Da oben wollen wir eigentlich auch noch ein bisschen bauen. Geht auch grad nix, so. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob wir es wieder umgestellt haben hier. Nicht, dass der also Hammer baut da. Äh. Kriegt er noch Material? Nö, jetzt kriegt er nix mehr. Jetzt stellen wir das erstmal hier wieder ein, ne? Das reicht dem. So. Hat jetzt den Hammer hergestellt? Ja, da kommt er schon. Beziehungsweise, Holz darf er ja von mir aus haben. Das ist ja gar kein Problem, ne? Moment. Äh. Da. Das geht schon in Ordnung soweit, aber nicht alles, ne? Das muss ja nicht sein. Eisen nehmen wir jetzt erstmal wieder weg. So. Geht, der kann ja nebenher so ein bisschen produzieren. So Hammer und so Zeugs, ne? Ist ja klar. Haben wir ja nix dagegen. Wo ist jetzt der Hammer? Hat er den jetzt schon? Da unten? Äh. Äh. Was zum Henker ist hier los? Wo ist mein Hammer? Er hat doch hier erst letztendlich einen rumgetragen, oder nicht? Wann hat er den jetzt gebracht? Hat er den jetzt hier rein, oder nicht? Oder? Ach, da liegt er. Ah. Durch dieses neue Gebäude haben sie leider Land verschissen. Klar. Man verkackt hier natürlich das Land, ne? Ah. Darum baut er auch noch. Der Sack. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier irgendwie noch Spirenzchen machen wird. So. Gold haben wir nämlich noch gar keins gefunden, ne? Hammer. Hammer Gold? Hammer? Hammer nicht. Ich weiß nicht. Ist schon wieder zu lang her. Ich war wieder so mit mir selbst beschäftigt. Naja. Also hier fehlt auf jeden Fall noch ein Soldat. Da ist okay soweit. So. Den Hammer hat er immer noch liegen gelassen. Alter. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Und bring nicht das ganze Eisen, ihr Affen. Ihr dürft auch ruhig noch ein bisschen was einlagern. Mama Mia. Die bringen das ganze Eis jetzt hier runter. Das wollte ich jetzt aber nicht haben. Hey. Aufhören. Das können wir doch nicht tun. Heilige Scheiße. Aber auch. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist immer geregelt. Egal. Irgendwie kriegen wir alles geregelt. Hier läuft soweit sonst alles in Ordnung. Hier unten. Da haben wir gesagt. Da können wir vielleicht noch irgendwann mal ein bisschen was machen und so. Ne. Und jetzt müssen wir erstmal abwarten. Dass wir hier wieder ein bisschen mehr Manneskraft bekommen. Das ist ein bisschen wenig jetzt gerade. So jetzt. Ah. Der Hammer geht ins Lager. Das bedeutet jetzt kommt gleich unser stolzer Mitarbeiter hier des Monats. Und jetzt gleich rausgegammelt. Und läuft auch hoffentlich gleich. Jawohl. Sehr schön. Finde ich gut. Warum nur ne Zange oder? Ein. Noch eine. Haben wir noch? Okay. So. Na geht's jetzt hier bald mal ab. Dann wird jetzt dann auch bald Material bekommen. Sag mal. Bringt jetzt das. Wollte mich verarschen. Bringt doch das Eisen wenigstens hier her. Jetzt pass mal auf. Warte halt. Vielleicht kann man hier noch ein. Ah. Hier kann man mich auch noch ein Gebäude. Aber warte mal. Vielleicht geht's. Und ich kann hier vielleicht noch ein Weg rumgammeln. Ha. Hat sogar funktioniert. Da können wir uns ne zweite Waffenschmiede überlegen. Dass wir hier nochmal eine hinbauen. Eine Ersatz vielleicht hier unten. Ne Schmelze. Mist. Reichen die eine jetzt hier erstmal? Ah. Hier ist Gold. Genau. Da kommen wir aber nicht ran. Scheiße. Und die bauen schon hier World up, oder? Ne. Das ist jetzt noch nicht. Was wird das? Das könnte Gold werden. Das könnte Gold werden. Da müssen wir vielleicht hier unten uns irgendwie durcharbeiten. Dass wir hier den irgendwie den Weg abschneiden. Vielleicht noch. Hm. Okay. An das Eisen könnte man noch rankommen irgendwie. Dann müssten wir aber angreifen. Das ist nicht nett. Das machen wir nicht. Das wollen die bestimmt nicht. Vor allem nicht jetzt. Vor allem. Ja. Wir haben noch keine sicheren Arbeiter hier. Holy shit, man. Alter. Was ist denn das hier für ein kack Weg hier? Macht mal ein bisschen schneller, dass ihr hier durchkommt. Können wir aber so machen. So. Jetzt ist es aber gut hier. Ja. Den Weg hier, den werden wir auch anders machen. Nicht wollen wir hier nicht. So ist es viel besser. So. Hier mit dem scheiß Bogen, ey. Na, sonst sind wir hier entlang. Ist doch viel besser. Da sind auch schon ein paar Siedler drin. Das ist auch gut. Da sind gleich wieder Nachschub da. Meine Fresse macht das Lied süchtig, oder? Finde ich nicht auch? Das liegt doch einfach nicht zum Aushalten hier. So, was ist jetzt hier los? Gibt es jetzt mal wieder ein paar Bäumchen, oder? Ach stimmt, da haben sie uns angegriffen. Diese Säcke, da haben sie ja was eingenommen. Genau. Die Schweine. Werden wir natürlich nicht auf uns ruhen lassen hier, ne? Nö, nö. Wir werden irgendwann mal zum Gegenangriff starten. Das sagt man euch, die Karte. Hm, da ist noch ein bisschen Land, wo man einnehmen könnte. Brauchen wir aber jetzt gerade nicht. So, jetzt machen wir hier. Komm, bring mal Material. Jetzt ist sie nämlich da. Jetzt geht es gleich ab. Jetzt wird gleich produziert. Juhu. Endlich. Und ich, ich frage mich immer noch, warum sie es nicht ins Lager bringen, das Zeug, ne? Wäre doch viel besser. So, der Arbeiter ist drin. Jetzt kann es losgehen. Jetzt dürfen wir. So, hier haben sie jetzt voll gemacht mit Eisen. Das reicht auch, ne? So. Da haben wir auch noch ein bisschen was drin. Soldaten gar keine. Ganz schlecht. Okay, gut. Das werden jetzt hier oben, werden jetzt die Soldaten eingelagert. Ist ja klar. Sobald es jetzt hier mal losgehen darf. Moment, ich mache noch hier eine Direktverbindung zu unserem Kohlevorkommen. Halt. Hey, was ist denn das jetzt hier für ein Bogen? Das wollte ich doch gar nicht so. So, war was anderes. So, wollte ich direkt und vielleicht auch direkt hier nach oben. Dann haben wir nachher noch Platz zum Anschließen. So, den machen wir raus hier. Perfekt. Ah, da kriegen wir direkte Kohle. Direkte Kohle. So, ich freue mich schon auf die ersten Soldaten. Brauchen wir jetzt nämlich. So. Wohin fließt jetzt eigentlich unser Holz gerade eben noch? Kriegen wir überhaupt noch irgendwas hier? Ach, hier unten fehlt die Holzfällehütte. Deswegen machen wir gerade zu wenig Umsatz. Sozusagen. Hey. Los, beeilt euch. Ich brauche die wieder. Also auf jeden Fall wurde ein Gebäude fertiggestellt. Nur wo? Das weiß jetzt wahrscheinlich gerade keiner. Doch, da unten ist eins. Klar. Jetzt muss erst mal der Kreislauf wiederkommen mit dem Holz und so Geschichten. Land verloren. Ja, wir lassen den noch ein bisschen einnehmen hier. Dann lässt er uns nächstes in Ruhe. So, es wäre sehr schön, wenn wir auch mal Kohle kriegen würden. Genau. Da ist überflüssig gekümmt dafür was einlagern. Da habt ihr recht. Und ziemlich eine Nähe lassen. Dankeschön. Ha. Nicht, dass ihr jetzt alles wieder runter schleift. Muss ja auch nicht sein. Kennt man ja bei dem Spiel, ne? Der wird alles einmal um die Karte getragen. Hauptsache irgendwie unterwegs, ne? Und Bestandsaufnahme gleich null. Oh. So, wie soll es denn? Greifen sie uns an. Scheiße. Machen wir Gegenangriff. Das ist unsere Chance. Können wir vielleicht hier einnehmen. Sobald sie dran sind, machen wir das. Hier greifen sie uns an. Nö, jetzt wirklich. Scheiße. Das könnte für uns aber böse enden. Was kommt denn alles? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich greife uns hundertprozentig hier an. Shit. Das ist jetzt aber nicht nett. Hey. Holy. Fuck. Shit. Okay, wir machen einen Gegenangriff. Jo. Okay. Mit sieben Soldaten. Gehen wir ran. Weil das Tolle ist ja jetzt. Wir laufen nämlich jetzt hier durch. Und fangen vielleicht ein paar gleich ab noch. Ich hoffe es zumindest mal. Dass wir jetzt hier ein paar uns holen können. So. Also hier läuft einer. Scheiße. Oder auch ich. Okay. Das könnte übel für mich enden hier. Weil gerade. Weil es irgendwie hier nicht so schön gerade ist. Scheiße. Aber unser Gegenangriff ist immer gut. Das zeigt. Kein Respekt. Vor dem Feind. Ja. Hier ist es ein bisschen blöd mit dem Abbauen. Hier oben. Da könnte man echt Probleme kriegen. Bis jetzt schlagen wir uns zwar richtig gut hier. Aber. Okay. Der fehlt schon. Seht ihr. Und der eine. Aber wir haben die Chance jetzt natürlich hier. Den anzugreifen. Und natürlich auch. Hier zu gewinnen. Dieses Stückchen Land. Dann ist schon mal unsere. Eisenmine hier vielleicht. Die ist sowieso sicher. Wenn dann trifft es hier die Kohlemine. So. Die sind rausgezögert noch. Ich hoffe wir schaffen es. Ja wo sind die anderen? Genau. Guck mal hier. Komm schlag ihm eine über die Rübe man. Nimm das Teil ein hier. Ja. 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 Ich sag ja. Das war unsere Chance. So. Ein bisschen mehr Respekt bitte. Vor uns. Oh scheiße. Die haben wir jetzt eingenommen. Ich werde jetzt trotzdem mal. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Aber. Ich lasse sie hier durchlaufen. Vielleicht. Latschen sie hier drüber. So. Toll. Jetzt machen sie es alle platt. Ne. Dann haben wir keine Kohle mehr hier. Müssen wir erst für die Kohle suchen. Scheiße. Okay. Ich denke mal das werden wir auch wieder finden. Kohle. Alter. Wie kommen denn da noch? Sag mal gut hier. Junge. Junge. So. Und da können wir eigentlich eine direkte Verbindung machen. Ne. Das passt mir nämlich so überhaupt nicht. Dass wir direkt hoch gehen. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. War klar. Okay. Kohle-Mini ist weg. Jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen irgendwo Kohle noch. Gold. Ach hier haben wir noch Gold. Genau. Stimmt. Da haben wir Gold. Scheiße. Kohle. 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 Ohne Kohle. Nichts los. Wo haben wir noch? Irgendwo muss da noch Kohle sein. Oder wir tun jetzt unsere Soldaten sammeln und gucken, dass wir mit dem Rest, das wir haben. Dass wir vielleicht dann noch angreifen können. Und dass wir das Gebiet vielleicht wieder bekommen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Okay, also die ersten Soldaten kommen. Es ist zu wenig Kohle, was wir jetzt hier haben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was eingelagt unten. Vielleicht ist hier noch ein bisschen was. Neun. Scheiße. Den paar Soldaten, die wir jetzt hier haben. Weiß ich nicht, ob wir da was anfangen können. Auf jeden Fall ohne Kohle ist nichts los. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl klar. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo kriegen wir jetzt Kohle her? Wo haben wir noch irgendwo Berge? Da ist nichts. Dort kommt der Feind. Hier, kriegen wir da irgendwo ein Gebäude hin oder so? Okay, wir können mal hier suchen lassen. Schieben wir mal drei Geologen hier hoch. Vielleicht gibt's da was. Was haben wir hier drin? Okay, das ist jetzt auch nicht schlecht. Okay, er fängt auch an mit Gold. Alles klar. Kohle, 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 Kohle. Nee, das ist jetzt echt nicht gerade gut hier. Ich hoffe, dass da oben ein bisschen was ist. Mal gucken, dass wir so schnell wie möglich rankommen. Falls da was ist, ich weiß es nicht. Und es wird nämlich hier bald Stillstand sein. Oh je, da ist schon. Da ist schon Stillstand. So, mir geht was. Ach, das sind die Geologen. Genau, Geologen. Wir sind so blöd. Ansonsten können wir auch probieren, hier einnehmen. Dann haben wir wieder Kohle hier oben. Weil hier ist... Ah, hier ist auch nicht voll besetzt. Warte mal, ich riskiere es mal mit fünf Mann. Vielleicht klappt es ja. Kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen gerade, aber... Wir können auch sagen, wir gehen runter auf... Mittel... Müssen wir halt auf Minimum fahren. Wollen wir mit sechs. Dann stellen wir gleich viel um. Auch gut. Anders geht es jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich zwar volles Opfer gerade für den. Aber ich muss wieder an Kohle kommen. Es geht nicht anders. Irgendwie muss ich dran kommen. Huiui. So, ich weiß nicht, dass ihr das jetzt angreift hier. So. Oh nein, nicht da durchlaufen. Was tut ihr? Ah, ihr werdet gelünscht. Nein! Ihr Deppen. Ihr voll Spastis Trottel. Oh nein, jetzt muss da auch noch ein Leutnant drin sein. Vielleicht schafft man ihn in einem Zug. Ah, das wird nichts. Der hat mir schon zwei Schläge versetzt. Shit. Okay. Ich gebe jetzt mal die Hoffnung nicht auf. Du hast ja hier Kohle erd, Alter. Was ist mit uns? Wir haben gar nichts. Gar nichts. Nichts. Nada. Null. Niente. Wie ist es mit unserem Holz? Kriegen wir auch mal wieder ein bisschen Holz hier oder so? Okay, Null. So. Jetzt verheizen wir noch unsere restlichen Soldaten hier, oder? Wisst ihr, was ich das Schlimme finde? Wir haben auch kein Holz. Also sprich, wie wir das Scheißgebäude wieder gebaut haben, sind wahrscheinlich schon tot. Wer muss es überhaupt schaffen, wieder hier ein Ziel zu stellen? So, die Geologen sind gleich da. So. Also Gott sei Dank ist es bei denen gerade Verstopfung. Die kommen gerade nicht weiter. Aber guck mal, wie viel Material die haben. Holz und Scheiß. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh, Mann, Alter. Da liegt Kohle rum. Kohle. Oh, Kohle. Das ist ja prima. So, wo sind die restlichen? Alle tot. Scheiße. Äh. Okay. So, immer noch zwei Kohle. Hey, da trägt man eine Kohle weg. So ein Sack. So, da gibt's erstmal kein Holz. Müssen wir abschalten hier. Only Baustellen. So, was ist jetzt los? Geht da nicht mehr Fällen? Der geht nicht so weit, ne? Und der Sack, der pflanzt hier nichts an. Ich hasse dich. Kein Holz. Alles weg. Komm, schlag ihn tot. Schlag ihn tot. Los. Los. Gib ihm eine mit. Er muss umfallen. Er muss umfallen. Oh, ich kann nochmal zwei Stück schicken. Das sind wahrscheinlich zwei Gefreite oder so. Oder was sagt er hier oben? Hier oben ist natürlich gar nichts. Ich muss den einnehmen. Nochmal mit sechs Mann. Mit sechs Mann. Mit sechs Mann. Gehen wir aber zurück auf gut. Woher habt ihr eigentlich die Kohle? Mal eine doofe Frage. Solange ich kein Holz habe, ist eh nichts los hier. Aber keine Axt mehr. Doch eine Hammer. Hier vielleicht noch irgendwo, vielleicht noch irgendwo Grünzeug anpflanzen lassen. So. Und dann hier irgendwo noch einen Holzfäller hinsetzen oder sowas. Bringt eh nichts. Ich habe kein Holz. Gefreit dagegen, Leutnant. Naja, ich habe schon vieles erlebt, aber ich glaube, heute werde ich kein Glück haben. Wieso müsst ihr eigentlich durchs Feindgebiet laufen, ne? Muss das eigentlich sein? Ihr werdet eh verlieren. Komm, schlag ihn tot. Schlag ihn tot. Nein. Arschloch. Penner. Depp. Ich hasse dich. Fixer. Scheiße. Habt ihr was gefunden hier oben? Ha, das war ja klar, dass bei uns nichts ist. Äh. Äh. So, Stillstand. Alles. Scheiße. Kannst immer hier jetzt, äh. Ja. Aber ein Holzfäller ist ja noch drin, oder? Jawohl. Und eine Axt war es, ne? Genau. Toll. Prima. So, jetzt warten wir noch ein paar. Wir verheizen jetzt erstmal wieder eine Handvoll Soldaten hier. Scheiße. Ich mach den Part erst fertig, wenn ich das eingenommen hab. Vorher nicht. Und wenn ich das letzte ist, was ich tue. Oder so. In der Art heißt's ja. Wenn es das letzte ist, was ich tue. So, wir brauchen da gerade gar kein Ding mehr. Kohle. Wie jetzt? Die schmelzen ohne alles? Komm, schlagen weg. Hau in den Eck. Mein kleiner Gefreiter. Wie macht ihr das? Da ist nur einer drin. Komm, das solltet ihr jetzt wohl nur hinkriegen heute. Dass ich meine Kohle wieder aufbauen kann. Mein Holz. Kommt ja auch bald. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Hammer. Ja, endlich. Meine Fresse. Nee. So. Jetzt muss ich erstmal den Geologen rausjagen. Suchen lassen hier. Auf dem Land. Können wir denn hier mal ein Fähnchen setzen? Irgendwo an den Rand oder so? Machen wir hier mal eins hin. War da nicht die Miene gestanden? Ich weiss grad nicht. Drei Stück werden reichen, oder? Erstmal drei Geologen. Ich hoffe, wir haben noch welche. Wo wir jetzt grad willig sind zu kommen. So, jetzt müssen wir erstmal sowieso gucken, dass es Holz kommt. Und ich frag mich grad, warum der jetzt grad hier nix mehr fällt. Wieso bist du grad so faul? Er tut aufwirtschaften. Er tut aufwirtschaften. Toll. Super. Ihr produziert immer noch weiter. Okay, ich hab ein bisschen weniger Kohle gebraucht. Aber jetzt wird's dann langsam eng, denk ich. Kommt zwar einzelne Siedler rausgelatscht, aber... Das reicht leider nicht. Das sind nur Gefreite und mit denen kann ich nicht viel anfangen. Das ist mein Problem. So, wann kommt denn der Arsch jetzt raus zum Holzfällen? Ah, das gibt's doch nicht. Der geht nicht Holzfällen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so gut wie tot. Ah, er kommt, endlich. Wann lässt der mich warten, ey? Dann kriegst du echt ne Krise, oder? So, jetzt bitte. Tu das Holz auch bitte so verwenden, wo man's auch wirklich grad braucht. So, kann der noch weitermachen? Ah, gut. Okay. Also, ich krieg wieder Soldaten. Ein paar, zumindest. Wo sind jetzt die Geologen, wo ich hier rausgejagt hab? Kommt ihr mal, oder? Was ist los? Larifari, Scheißdreck. Da oben ist gar nix los. So, jetzt pass mal auf. 4 im Sinn, 2 im Sinn, 3 im Sinn. 100 und so weiter. So, Papp. Und ein Geologe noch. Dann tun wir hier nochmal einen, oder so. Raus. Da. Du kannst auch noch arbeiten gehen. Hier, Arbeitslosigkeit wird nicht hier unterstützt, ne? Noch mal einer. Hau nicht schlecht. So, dann schicken wir zwei raus. Null. Jetzt geht wieder einer rein. Hihihi. Los, raus mit dir. Voller Sack. So, da kommen schon die ersten. So, jetzt steht's, glaub ich, hier. Jetzt geht gar nix mehr. Jetzt machen wir jetzt für die Kohle. Ja. Hier lagern sie das Eisen nicht. Wohin bringt das Eisen? Das ist doch nicht hier. What? Hier lagst du aber nicht hier unten ein, oder? Doch, tatsächlich. Ach, ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Ich muss meine Gegner ein bisschen im Augen behalten. Dass wir hier nicht irgendwie in irgendwelche Probleme kommen. Die müssen erst wieder auffüllen. Die kommen gerade nicht dazu, ne? Ah. Also, können sie mich auch gerade nicht angreifen. Die haben mit allem angegriffen, was sie hatten, wahrscheinlich. Und jetzt ist erstmal Stillstand hier. Ich hoffe, dass wir auch so lange überleben werden. Ah, sie denken an das Holz. Sehr schön. Also, machen sie unten erstmal weiter. Und ich mache ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.